Der perfekte Hotdog-Maker. Wie geil ist das denn, bitteschön? Für 59 Euro habe ich den auf Amazon entdeckt. Als absoluter Bockwurst-Fan ist das ein Must-Have. Wenn meine Frau das sieht, was ich da gekauft habe, wird sie bestimmt wieder sauer. Aber ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz rein. Das Würstchen wird wie an der Tankstelle schonend erwärmt. Nach 15 Minuten soll es soweit sein und es hat die richtige Temperatur ohne platzende Würstchen. Denn das Würstchen wird quasi schonend wie an der Tankstelle hier drin erwärmt. Das heißt, die ganzen Vitamine, die ihr natürlich unter der Haut setzen, die bleiben erhalten. Und das ist doch, besser geht es gar nicht. Und ich würde sagen, wir machen zusammen lecker Würstchen. Ab geht's. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das hier ist das Wunderwerk der Technik. Wir haben einmal oben die Möglichkeit, unsere Brötchen vorzuwärmen. Und wir haben unten die Möglichkeit, die Wurst zu erwärmen. Ganz wichtig auf jeden Fall, tut die Wurst nicht so rein, sondern immer lang, damit sie so wenig Auflagefläche wie möglich hat. Die Lake würde ich jetzt nicht mit reinpacken. Habe ich das Ganze in einem Topf zu erwärmen, da würde ich die Lake mit drinnen lassen. Denn dann ist die Lake wichtig, weil durch die Osmose, so, die Osmose, was ist das? Das Salzgehalt in der Wurst gleicht sich mit dem Salzgehalt im Wasser an. So, und dementsprechend schmeckt das Würstchen lasch, wenn man das im normalen Wasser kochen würde oder auch lagern würde. Deswegen ist es da ganz wichtig, immer die Lake nicht wegkippen, sondern mit in den Topf ein bisschen Wasser mit rein. Und dann schmeckt es hinterher auch länger besser. Die Osmose haben wir beim Dampfgaren auf jeden Fall nicht, denn hier umhüllt ja nur der Dampf das Würstchen. Und dementsprechend können wir die Lake wegkippen und das Ganze durch Wasser ersetzen. Würden wir das Ganze jetzt mit, ich sag mal, mit der Lake betreiben, die wir hier unten draufkippen, hier ist die Heißplatte, dann haben wir hier, ja, Salzkruste und, ja, brauchen wir nicht. Wir haben hier einen kleinen Pegelstand, Maximum, Minimum, sieht man jetzt vielleicht auf der Kamera nicht ganz so gut. Da müssen wir einmal Wasser auffüllen. Alles ist Lebensmittel echt, ihr braucht keine Angst haben, da steht Coca-Cola auf jeden Fall mit seinem Namen dafür da. Hier ist nochmal ein Kontrollloch, das heißt, ist hier kein Wasser mehr drin, dann wird die Platte ausgeschaltet. Nicht, dass euch die Bude abfackelt, wenn ihr einpennt beim Würstchen machen. So, das Ganze einmal füllen mit Wasser, stellen wir das Teil hier oben drauf, Strom in die Steckdose. Von außen können wir den Pegelstand auch sehen, Maximum und Minimum. Stellen einmal auf warm oder high, in meinem Fall high, ich kann es kaum erwarten, das fängt jetzt hier an zu leuchten. Ich hoffe, man sieht das, die Sonne ist heute ein bisschen hell, ja, man sieht das. Jetzt dauert es ungefähr 15 Minuten, bis unsere Würstchen warm sind. So, was können wir machen als nächstes? Oben drauf sitzt der Deckel, den können wir abnehmen, packen unsere Brötchen rein, im Idealfall sind die schon aufgeschnitten. So, die packen wir oben rein und können wir den Deckel schließen, wir können auch mehrere übereinander stapeln. Die müssen ja nicht kochen heiß werden, aber ich mache es erstmal mit vier, weil mehr kann ich nicht essen. Stell den Teil mal auf 15 Minuten und nach 15 Minuten sind die Würstchen fertig. Wir können dann auf warm umstellen und lecker Würstchen genießen. Für wen ist sowas? Für Kioske, für Tankstellen, für Kindergeburtstage, für Grillpartys. Kinder mögen oft keine Bratwurst oder kein Grillfleisch und das ist ideal als Zusatzangebot, ja, für Partys, Partykeller oder einfach so, wenn man da Bock drauf hat, wenn man Bockwurst, so wie ich liebt. Es gibt noch andere Hotdog-Stationen, die finde ich ein bisschen nachteilhaft, weil man die Brötchen letztendlich, ja, auf so ein Röhrchen draufsteckt. Man kann halt immer nur ein Brötchen draufstecken, so ist alles gleichzeitig fertig, das finde ich prima. Die Optik ist mega und das Wichtige ist, im Gegensatz zum Kochtopf haben wir hier die Vitamine gerettet, die bei einem Würstchen natürlich unter der Haut sitzen. Da sitzen die ganzen Vitamine. Ich freue mich schon auf die Kommentare darüber. Solange wir warten, können wir kurz plaudern. Ich bin sonst früher immer gerne an die Tankstelle gefahren, habe mir den Tankstellenversagen geholt seit Corona oder seitdem die Ressourcen dafür teurer geworden sind, habe ich das Gefühl, dass sie auch an der Qualität des Würstchens sparen, weil mir schmeckt das überhaupt nicht mehr. Zumindest bei uns hier in der Region Niedersachsen kann man sagen, dass die Tankstellenwürstchen überhaupt gar nicht mehr schmecken. Ich weiß nicht warum, es schmeckt richtig fettig, ranzig, gammelig und ja, in dem Fall haben wir jetzt hier Truman's Würstchen, die kommen von Maika, das ist auch um die Ecke hier gleich. Was ich bei denen gut finde, die haben so wenig wie möglich Inhaltsstoffe immer drin und die versuchen das immer so weit zu reduzieren, damit es mehr Anerkennung halt am Markt findet. Ich denke mal in 20 Jahren werden wir wahrscheinlich kein Schweinefleisch mehr essen, dann werden wir irgendwas Synthetisches haben, wenn es genauso schmeckt, mir ist es Wurst. Gut, diese Box, das ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Geschmack, das weiß ich nicht, ich fand es auf jeden Fall mega cool, der Preis passte auch. Ich mache folgendes, ich habe unter dem Video einen Link und der führt dann zu Amazon, da ist meine Ideenliste bzw. meine Bockwurstliste und dann könnt ihr verschiedene Geräte mal angucken. Ich fand hier aber Preis, Leistung, Optik und so weiter, passte mega. Ja, wir haben wie gesagt hier oben die Möglichkeit viele Brötchen reinzupacken und nicht nur immer eins. Wir haben hier eine schöne Schublade, wo wir auf jeden Fall zwischendurch gucken können. Das Ganze ist auf jeden Fall lebensmittelecht und ja klar, es wird nicht jeden Tag benutzt, das ist wie ein Sandwich-Maker, den holt man mal irgendwann zwischendurch mal raus. Aber für jemanden so wie ich, der Bockwurst liebt, ist es genau das richtige Teil. Schreibt mal, wie ihr darüber denkt. Wie mag ich mein Hotdog am liebsten? Ich habe nur Ketchup drauf und das reicht für mich, weil ich finde, dass Gürkchen und andere Dinge den Geschmack verfälschen. Aber da ist jeder anders und jeder kann es auch machen, wie er will, ohne dass ich ihm jetzt die Scheiben anwerfe, sage ich mal. Ich hasse das, diese ekelhaften Röststiefeln. Ne, das ist nicht mein Ding. Wir warten jetzt mal die Zeit ab. Hm, drei Minuten noch. Wisst ihr was? Ich probiere einfach mal aus, ob das schon gut ist. Und ich würde sagen, wir holen uns zuerst ein Brötchen raus. Oh, hier steigt schon richtig der Dampf auf. Perfekt. Also die Brötchen, die brauchen nicht ganz so lange drin, glaube ich, sonst werden die nachher zu matschig. Ziehen wir uns da ein Würstchen raus. Oh, die sind schon richtig schön prall. Und heiß. Heiß. Oh, der gute Heinz drauf. Ui. Perfekt. Das Brötchen schmiegt sich perfekt den Würstchen an. Also wenn ihr die Brötchen kurz vor Schluss reinwirft, ist es besser. Und es ist definitiv ein Unterschied, ob man den Dampfgart oder in den Topf reinschmeißt. Geschmacklich Bombe. Und wir haben den Vorteil, wir können die ein paar Stunden hier drin lassen. Das heißt, über einen Zeitraum, über eine Mittagspause oder über einen Grillabend kann man das Ding da stehen und Würstchen anbieten. Und bloß die Brötchen würde ich später halt reinpacken. Geiles Teil. Von mir auf jeden Fall fünf von fünf möglichen Punkten einen halben Sternen Abzug, weil es nicht ganz sauber verarbeitet ist mit den Spaltmaßen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Drückt Daumen nach oben. Wenn ja, wenn nicht, drückt trotzdem Daumen nach oben. Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Euer Onkel Kramer. Guten Appetit.